Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Kharkiv im Osten des Landes sind nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Wie der Militärgouverneur der Region mitteilte, schlugen zwei Raketen im Zentrum der Millionenstadt ein und zerstörten Wohngebäude. Militärische Infrastruktur gäbe es seinen Angaben zufolge dort nicht. Rettungsmannschaften suchten in den getroffenen Gebäuden weiter nach Verletzten. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Auch die Militärverwaltung von Odessa meldete in der Nacht erneut russische Angriffe. Dort seien ebenso mehrere Menschen verletzt und Wohngebäude beschädigt worden. Zum Teil lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten nicht unabhängig überprüfen.